Sooo, wir haben jetzt hier Pickup-Mutprobe mit Chili. Bist du schon aufgeregt? Ja, ich bin noch am Essen. Wie geht's dir? So, komm, wir müssen jetzt essen. Er schwitzt schon. Ey, du ecklinger, ey. Wunderfuck, Alter, was ist das denn bitte? Wunderfuck, Alter. Was? Alter, ist das Chili? Ja, komm, bleh, Alter. Alter, Alter. Das ist doch nix, Mann. Also, wenn du wehziehen bist, dann kriegst du es auch nix mal, Alter. Wunderfuck, Alter. Das schmeckt nicht scharf in Marmelade. Das ist echt nicht schlimm. Boah, Alter, ich kann nicht mehr. Huch, hu. Komm, noch mal mit. Oh nein. Warte, ich kipp um, kipp um, kipp um. Ich hab keine gekippt, aber kipp um. Wunderfuck, warte. Wunderfuck, warte. Wunderfuck, warte. Wunderfuck, warte. Ey, du bist richtig rot im Gericht, ey. Wunderfuck, erzählst du nicht. Ey, richtig rot im Gericht, mir erzählst du nicht scharf. Er ist wirklich scharf. Ey, guck mal, er platzt gleich. Wunderfuck, was ist nervöslos. Wunderfuck, wie er aussieht, richtig knallemol. Nee, ich hab gleich mein eigenes. Also so langsam brennt es doch schon so ein bisschen, oder? Ja. Wunderfuck, hast du dich nur getraut, so ein kleines Stück zu essen, weil... Wann getraut? Wollte nicht. Ich hab ihm seinen Mund aufgemacht, weil es ist, weil er wollte ja nicht. Nee, nee, nee. Hey Leute, heute ist der zweite Tag der deutschen Cheerleading-Meisterschaft in Dresden. Erstmal an allen Puttys draußen, einem wunderschönen Muttertag. Er ist Maik und ich bin Alex. Jaaa! Unbittet! Nein! Boah, er ist draußen. Auf dem Hintergrund einer... Wir sind draußen. Einen mittel pazend. Auf dem Wasser der Serieu kann ich dich für ihnriminieren. Wir sind Oceanisch. Hier geht's am bilder, wunderschönen Wilder Basket. Hścioche vor ins Tempo zu puisieren. Wobei, ich date mir auch für ihn zu leben. Sher 물론 nicht schauen, ^^ wobei, ich bin kein Ettlich. Ch울in wobei, ich bin ein sticks, 어 was jetzt mit mir. Dreidomst! Das war's für heute. Das war's für heute. Das geht nicht. Okay. Wir machen es noch einmal. Guten Morgen, heute ist Tag Nummer 1. Woo!